Ansonsten viele Blubbles. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tutorial über To-Woof. Mein Name ist Hanel P. Und heute geht es um den Drachen Zazaponia the Pristine. Der, oder einer der drei neuen Drachen, die mit dem Club-Patch reinkamen. Wir fangen mit dem ersten davon an. Und zwar dem Jadefin-Drachen. So nenne ich den jetzt persönlich, weil man dafür Jadefins braucht. Auch man braucht, äh, man kriegt, wenn man den freischaltet, 1000 Maximum Health, 10% Critical Damage und 50 Magic Find. Äh, ja, so stattechnisch ein bisschen underpowered, nicht ganz so wichtig, kann man mal so sagen. Aber die Magic Find natürlich, für die Leute, die gerne Magic Find haben wollen, ist noch ganz gut. Und ansonsten muss man sagen, einer der wohl leichtesten Fragment-Dragon, die es aktuell gibt. Und wenn man nur die Fragmente berücksichtigt. Was braucht man dafür? Man braucht Dragon Coins, 300 Stück, 25.000 Flux, 1800 Jadefins. Das ist sozusagen das, was hier so schwer dran ist. 700 Golden Seashells und die 5 Dragon Egg Fragmente. In dem Fall Bubble Dragon Egg Fragmente. Bevor wir schauen, wo wir das herbekommen, schauen wir uns den Drachen einfach mal an. Das ist er relativ cool, muss ich sagen. Wenn man die Taste hält, schießt er. Hat also Auto Fire, eine der wenigen Drachen. Es gibt ja momentan nur einen weiteren, der es noch kann. Ansonsten viele Blubbles, Wassereffekte sind ganz cool. Hinten so eine Art, ja, auch damit du Bläschen rauskriegst. Sieht ganz nett aus, bis auf die Augen sind ein bisschen creepy. Aber ansonsten würde ich sagen, ist er schon relativ cool gemacht. Und jetzt schauen wir mal an, was wir machen müssen. Und das ist ganz einfach. Ihr müsst fischen. Und zwar im Wasser. Nirgendwo anders zählt das. Ihr müsst Jadefins fischen, 1800 Stück. Oder die kaufen. Das ist das Gute daran. Die kann man sich auch gemeinsam erfahren mit mehreren Leuten. Oder handeln und so weiter. Die Bubble Fragmente sind natürlich nicht handelbar. Aber die werdet ihr so haben, wenn ihr so grob 100, 200 Jadefins selber gefangen habt. Dann werdet ihr alle 5 davon schon haben. Wenn ihr Pech habt, vielleicht habt ihr dann 200 Jadefins oder 300 Jadefins. Aber mehr nicht. Ja, das war's. Wir sehen uns dann schon in dem nächsten Tutorial von True. Ciao.